Dacia Sandero Dieser gebrauchte Dacia Sandero ist hier zum Verkauf angeboten. Die schwarze Limousine hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 46.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2012. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, Alufelgen, Klimaanlage, ESP, Servolenkung und noch vieles mehr. Der Autogas, LPG Motor hat eine Leistung von 75 PS. Der Wagen ist mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,0 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Anhaltende 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 Untertitelung des ZDF, 2020